Ja, in der Löka wird auch die Strasse als Parkplatz benutzt. Die Strasse als Parkplatz benutzt. Die Strasse als Parkplatz benutzt. Ja, liebe gute Freunde. Und wieder bin ich da auf dem Fürbissfeld. Es ist aber bereits wieder halb sechs Uhr am Abend. Durch den Tag oder Mittag hatten wir Gerste auf dem Bauernhof. Und jetzt ist aber die Erde abgetrocknet genug. Jetzt ginge es gut. Aber es ist leider schon halb sechs. Diese Seite ist gemacht. Und diese Seite sollte man noch hacken. Ich denke, das rechne ich heute Abend.